Lomba Reisen Mernung der Maforte mehr Blaspanol in dieser Unterkommel hier ist das so ein herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft und man eine Runde QBW ich möchte meinen konnte mal wieder ein bisschen mehr so er hat der Reduce an und schon aber was habe ich denn überhaupt bekommen so wie ich ballern würde egal wie gut ich jetzt play weil der hat einen Sword oder ich werde ihn jetzt ballern weil ich habe jetzt gerade zumindest einen Vorteil aber wenn Gomm mich die ganze Zeit zurückbackt dann kann ich da auch nichts machen das Plugin wurde glaube ich überarbeitet aber not sure und wie man den Namen auch immer aussprechen mag das konnte ich noch nie diesen Namen aussprechen Hi YouTube Schreiber Grüße gehen raus an dich jetzt mal an der Stelle ich hoffe ich kann das Bett ganz kurz rushen und da haben wir das Bett dann auch schon gerusht und den Typen haben wir dann auch gezogen das ging fit und jetzt mache ich das was wirklich alle hassen ich baue mich in die Mitte ich habe echt keine Ahnung was dagegen spricht ich meine wenn du in der Mitte stehst und eine Dreiviertelstunde lang spams dann kann ich verstehen wenn die Leute ausrasten ich kann verstehen wenn du beleidigt wirst mache ich auch aber wenn du in die Mitte gehst dir Gold holst und wieder abhaust dann habe ich echt keine Ahnung was dagegen spricht so ganz spontan und deshalb mache ich es auch ich weiß ich bin dreist so ich muss sagen ihr könnt hier mal ultra gerne reinschreiben was ihr sehen wollt Alter wenn ich da jetzt mal gefällt wäre ich habe mich so ausgelacht selber und ausgepeitscht ähm ich habe keine Ahnung was für ein Team ich bin bin ich blöd ja also einfach mal ein bisschen equipen ihr schreibt einfach mal wirklich bitte rein was ihr von mir so sehen wollt stimmt im Bett gab es doch äh im Bett genau nicht in der Mitte gab es doch immer diese Uhren womit man sein Bett verlängern konnte kann ich mir dann auch gleich noch ein ganz kleines bisschen mehr equipen ich bin türkis ich habe ohnehin noch das kürzeste Bett aber ich habe keine Ahnung wo es hier Cockwhips gibt finde ich eigentlich ultra interessant blau das heißt ich bin jetzt der letzte mit Bett das heißt wenn ich jetzt einfach mein Bett einsweate mit keine Ahnung was sollte das fit gehen und trotzdem mache ich mal ganz kurz die Dings drauf nur 220 Sekunden das geht doch wirklich einigermaßen fit aber gibt als ob es hier keine Cockwhips gibt ja gut dann gönne ich mir als erstes mal eine gute alte Rot es gibt halt wirklich keine Dings finde ich ein bisschen schade aber gut ich habe keine Ahnung wo der Dude ist the last safe ah da ist der okay dann würde ich mal sagen Blöcke auf die neun und dann vier fünf sechs sechs sieben ich freue mich gerade irgendwie ein bisschen auf die nächsten Tage Schule tatsächlich so blöd es sich anhört weil wir kriegen jetzt in Mathe die absolut korrekteste Lehrerin an unserer Schule na gut es gibt noch ein paar auch einigermaßen korrekte Gut als ob ich dich nicht sehe Gut Wasted als ob ich den nicht bekommen habe okay jetzt ich hoffe ich kriege den noch bevor er mein Bett hat und aua ja ich kann nicht mal was schreiben oder ne nur weil ich kill yourself geschrieben habe also wirklich das ist traurig nur weil ich kill yourself geschrieben habe also es ist wirklich lächerlich so ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn ich jetzt nichts verloren habe ich hoffe ihr lasst mir super viele tausende Likes und super viele tausende Abos und alles mögliche da ähm bis dahin ciao